Promi Big Brother startet schon in dieser Woche wieder. Es trauen sich wieder eine ganze Reihe Stars in den Container. Und nun wissen wir auch endlich, wer die zwölf Promis sind. Sat.1 hat die diesjährigen Bewohner offiziell verkündet. Mit dabei sind Berlin-Tag-und-Nacht-Stars Saskia Beeks und Helene Lucia Amoeur, Ex-Tennis-Profi Claudia-Code-Kiltsch, Sängerin Kathy Kelly, DJ und Model Zenay Güler, TV-Sternchen Emmy Russ, Love Island-Kandidat Mischa Meier, Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil, QVC-Moderator und Schlagerstar Sascha Heiner, Wetterfee und Ex-Bachelorette Adela Smajic, Comedian Udo Bönstrup und Ballermannsänger Eke Hüftgold. Sind bei diesen Kandidaten-Streitereien schon vorprogrammiert? Promi Big Brother startet am 7. August ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.